Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 21. März 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1336 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Twitter, Apple Watch, Chat, GPT, Viseka, Signal und Google Maps. Ich entschuldige mich übrigens für die Episode gestern, die wieder mal in diesem bösen Serverdingens hängen geblieben ist und leider erst gegen späteren Nachmittag rausgefeuert wurde. Die Technik immer, oder der, der sie bedient. Es wollte einfach nicht, manchmal bleiben die hängen. Also wir starten gleich. Twitter, Elon Musk hat bekannt gegeben, was für Neuigkeiten, also Einzahl, in Zukunft geben wird. Grundlegend hat er gesagt, wer bezahlt, der bekommt. Und zwar schneller und besser und sowieso auch im Bund und so weiter. Das heisst, ihr bekommt Nachrichten, Meldungen und Dinge zu sehen, die von bezahlten Nutzern sind. Also Twitter, Blue Nutzer. Ihr bekommt solche, die höhere Gewichtung haben, weil du denen folgst oder umgekehrt. Und solche Geschichten. Also es gibt mehr relevanten Content. Er meint, dass man damit die Bots schlagen kann, weil Bots ja nichts bezahlen. Da bin ich mir nicht so sicher, ob da nicht der ein oder andere Bot sich dann das Twitter-Blue-Abo leisten wird. Aber ich glaube, da wird dann auch die Masse wieder das Ganze regeln und den Bot melden. Und dann fliegt er auch wieder raus. Ich gehe mal davon aus, dass das besser werden könnte. Wir sehen es, wenn es dann soweit ist. Weiter geht es mit Apple und der Apple Watch. Die hört man ja immer wieder mal, dass sie Leben rettet. Und das ist ja auch das Ding, was ich in meinem Fall sage, dass ich die deshalb am Arm habe. Weil Thema Herz und solche Geschichten ein Thema sind und ich einfach gewarnt werden möchte. Auch ein Schlaf und solche Geschichten. Und da gab es jetzt wieder eine Geschichte, die im letzten Oktober anscheinend passiert ist, wo ein Nutzer darauf hingewiesen wurde, dass er plötzlich ganz anders atmet, also viel schneller. Der hat dann mit seiner Frau und dem Sohn zusammen die Ambulanz besucht. Und da kam raus, dass er mit dem Röntgenbild eine Bronchitis hatte, ging wieder nach Hause. Und dann kurze Zeit später kam wieder eine Meldung der Apple Watch. Da hiess es, dass der Blutsauerstoffgehalt in eine andere Richtung geht, sprich ganz stark zusammenfällt. Auch da hat er die Apple Watch geraten, geht zu einem Doktor. Er hat es getan und dann hat man gesehen, dass er ein Blutgerinnsel in der Lunge hat. Jetzt nimmt er Medikamente dagegen und lebt gesünder, einfacher und besser. Es sind halt die Dinge, die eben solche Technik einem auch erleichtern kann oder eben warnen kann, wenn es da Probleme gibt. Anscheinend soll Apple dran sein oder eben nicht dran sein. In letzter Zeit hört man ganz viele Gerüchte. Gorman sagt aktuell, dass Apple nicht an einem Chat-GPT-Klon oder Alternative am Arbeiten ist, weil sich Siri dafür nicht eignet, für die Unterstützung von grossen Sprachmodellen. Andere Meldungen besagen, dass Apple dies tut. Wie immer, Gerüchte, wir hören eigentlich nicht viel drauf, aber aktuell im Gegensatz zu gestern habe ich heute nicht so viele Themen. Deshalb wollte ich da kurz drauf eingehen. Und wenn ihr da was hört, lasst es mir doch gerne zukommen. Ich lese mich da gerne tiefer ein und befasse mich damit. Auch befassen hättet ihr euch sollen mit Viseca, für all die nicht aus der Schweiz stammen oder das nicht kennen. Das ist ein Finanzdienstleister, der die meisten Schweizer Kreditkarten verwaltet, waltet, also ein grosser Player in dem Bereich. Zum Beispiel machen die die Kreditkarten der Kantonalbanken, der Raiffeisengruppe, der Bank Claire, also ZAK etc. Diverse Regional-, Privat- und Handelsbanken. Und da gab es jetzt eine ziemlich hässliche Lücke. Wie das Magazin Die Republik herausgefunden hat, haben eben über 18 Monate lang, als zwischen Juni 2021 und November 2022, sämtliche Abrechnungen von den Kunden auf dem Server relativ frei rumgelegen. Wer den Ort wusste, wo das ist, konnte sie sich holen und dann ganz schöne Daten auslesen und wahrscheinlich Dinge machen, die man nicht hätte sollen. Anscheinend soll es nicht zu sowas gekommen sein. Also da ist niemand inflationär hingegangen und hat sich die Daten geholt, so zumindest aktuell. Ist ein bisschen unschön, ein bisschen ziemlich unschön und ich hoffe, das gibt Konsequenzen. Welche, das werden wir noch sehen. Dann gab es ein kleines Update bei Signal. Wer, wie ich, gerne und viel mit Signal schreibt, der wird sich darüber freuen. Das Teilenmenü, also die Share-Sheet, wurde ein bisschen überarbeitet und angepasst, verbessert und ein paar kleine Fehler ausgebügelt. Ansonsten sind es nur kleine weitere Updates, die mit dazugekommen sind, aber eben praktisch. Zu guter Letzt habe ich noch was von und über und mit Google Maps. Das Immersive View ist so, ja, wie kann man das beschreiben? Schwierig. Ihr kennt vielleicht Apple Flyover, wo du über die Stadt, die da draussen ist oder die du besuchen möchtest, fliegen kannst. Immersive View ist ein bisschen mehr, sogar viel mehr. Da surfst du nicht nur über eine 3D-generierte Stadt, sondern über eine Kombination von 3D-Bildern und Google Street View-Bildern, Luftaufnahmen und allem Möglichen. Das mit ein bisschen KI zusammengewürfelt, mit dem sogenannten neuronalen Strahlungsfeld, NERF von Google, eben KI-Technik, wird da ein Bild generiert, mit dem du dann über die Stadt gehen kannst und dir eine Stadt anschauen kannst. Na dann, wir werden sicherlich in nächster Zeit einiges an Videos dazu sehen, wie das Ganze ausschaut. Und das wird sicherlich sehr, sehr eindrücklich sein. Und jetzt werde ich müde. Genau, es ist auch frühen Morgen. In diesem Sinne euch einen schönen Tag und einen erfolgreichen Tag. Ich bin heute den ganzen Tag in Zürich unterwegs und kann nicht garantieren, dass ich am Abend noch eine Episode aufzeichnen werden kann. Aber ich gebe alles. In diesem Sinne, wir hören uns bald wieder. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.